So, ich habe hier ein ganz tolles Tablett. Also erstmal die Thermoskanne. Schön pink, ne? Passt ja auch zu meinem Sushi hier. So, Schmoozie, meine ich. Und das kann man hier so ausziehen. Da kann man halt Gemüse drauf schneiden oder so, ne? Kann man die eine Seite ausziehen, die andere Seite ausziehen. Das kann man dann auch komplett rausziehen. So, das ist komplett draußen. Und das ist auch nochmal komplett draußen. Warte mal. Wupps. So. Und da kann man schön schneiden, das wieder reinstecken. Weiß ich, Gurke, Gemüse, ne? Dann macht man hier das Gemüse rein und hier den Abfall. Finde ich total schön. So was habe ich schon immer gesucht. Finde ich richtig toll. Ich liebe dieses Tablett. Dann macht man das einfach wieder so rein. Zack. Stopp, warte. Zack. Und das Schmuck auch rein. Und schon habe ich wieder ein komplettes Schneidebrett mit, wo ich alles reinmachen kann. Ja, das finde ich super. Das, was ich mal sehen.